Herzlich Willkommen! In diesem Tutorial zeigen wir, wie Animationen und Effekte Videos für die Zuschauer interessanter machen. Zum Beispiel Zoom-Effekte, um Details zu zeigen. Schwenkeffekte, um weitere Informationen ins Bild zu bringen. Sie können auch die Abspielgeschwindigkeit für einen Videoabschnitt erhöhen, damit die Zuschauer aufmerksam bleiben. Wir fangen mit den Animationen an. Animationen werden durch Klicken und Ziehen zur Timeline hinzugefügt. Die Clips, auf die Sie sich anwenden lassen, werden hervorgehoben. Animationen werden als Pfeile angezeigt und können verlängert werden, um die Anzeigedauer zu erhöhen. Durch Ziehen werden die Animationen neu positioniert oder auf einen anderen Ort oder Medienclip kopiert. Um eine Animation zu entfernen, klicken Sie darauf und drücken Sie Entfernen. Um Medien zu animieren, wählen Sie den Clip aus, bewegen die Suchleiste über das Ende des Pfeils hinaus und ändern dann die Eigenschaften für den Clip. Zum Beispiel die Größe und Position. Das kann auf der Leinwand gemacht werden oder im Fenster für die Eigenschaften. Camtasia merkt sich alle Medieneigenschaften, die Sie nach dem Animationspfeil einstellen, und spielt sie während der Animation ab. Die Eigenschaften vor der Animation bleiben unverändert. Camtasia kann alle visuellen Eigenschaften animieren, einschließlich Größe, Deckkraft, Farbe, Drehwinkel und mehr. In diesem Projekt zeige ich, wie man sich bei einer Website anmeldet. Es ist allerdings ein bisschen schwierig, alles zu sehen, was passiert. Ich füge eine Animation ein, vergrößere die Ansicht und zentriere den Clip auf der Leinwand. Wenn ich den Clip zu stark vergrößere, wird er unscharf. Um die Platzierung und Länge der Animation genau zu bestimmen, zeige ich die Timeline größer an, damit alle Details sichtbar sind. Um Ihr Projekt an die Timeline anzupassen und es vollständig zu sehen, klicken Sie auf die Lupe. Beim weiteren Abspielen können Sie sehen, dass die Animation nur den Clip beeinflusst, auf den sie platziert wurde. Im nächsten Teil starte ich mit meinem Clip in vergrößerter Ansicht, um den Zuschauern besser zeigen zu können, wie eine Datei zu Google gezogen wird. Um das Ziehen zu verdeutlichen, füge ich eine Animation ein, bewege die Suchleiste auf eine Stelle nach dem Animationspfeil und ändere die Position der Medien entsprechend meinen Aktivitäten auf dem Bildschirm. Jetzt will ich noch eine letzte Animation hinzufügen, um die Ansicht wieder zu verkleinern und das Video im Vollbild zu zeigen. Ich kann die Schaltflächen zur Wiederherstellung verwenden, um meinen Clip wieder auf die Originalgröße und Position zu bringen. So wie die Animationen können auch Effekte unser Video verbessern. Zum Beispiel die Erhöhung der Clip-Geschwindigkeit, das Einfügen von interaktiven Elementen und Entfernen oder Ändern von Farben. Effekte werden, wie Animationen, durch Ziehen zur Timeline hinzugefügt. Effekte beziehen sich aber auf den gesamten Clip. Ein Beispiel. Dieser Teil meiner Aufnahme ist recht langsam, da das Video auf die Website hochgeladen wird. Wir sollten die Geschwindigkeit etwas hochsetzen. Zuerst teilen wir Video und Audio vor und hinter dem Bereich und sehen dann den Effekt auf den kleinen Clip. Da in diesem Abschnitt nichts zu hören ist, lösche ich das Audio hier, um mich auf das Video konzentrieren zu können. Der Effekt im Effekte-Fenster kann durch Ziehen der Ziehpunkte weiter bearbeitet werden. Sie sehen, wie der Clip umso kürzer wird, je mehr wir die Geschwindigkeit hochsetzen. Das ist hilfreich, um die Länge eines Clips perfekt abzustimmen. Sie können Geschwindigkeit und Dauer auch im Fenster für die Eigenschaften anpassen. Das sieht schon viel besser aus. Zum Abschluss wähle ich alle Medien aus und bewege sie nach links. Sie können alle Objekte auf der gleichen Spur, die sich rechts von einem Clip befinden, zusammen verschieben, wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten. Schauen wir uns das einmal an. Diese Effekte und Animationen helfen den Zuschauern, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Schauen Sie sich auch das nächste Tutorial zum Thema Audiobearbeitung in Camtasia an.